hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei bildet meine lieben ja wir sind mal wieder am start und es ist wieder ein dienstag und wir sind wieder mitten in der aufnahme session das heißt wir nehmen heute weil wir sind noch ein bisschen in der vorproduktion und deswegen wundert euch dann nicht betreffend den bau folgen nehme ich dann auch noch mit auf so ein zwei je nachdem ist mal gucken wie man es mit den benutzen haben und ja meine lieben habt spaß dabei und jetzt werden wir einfach mal noch ein paar paletten stapeln und warum macht das denn jetzt so genau wunderbar das passt gut genau jetzt waren wir immer noch ein paar paletten stapeln und wir werden uns aber mal den anhänger anders hinstellen das heißt wir waren jetzt immer an der seite stellen wir müssen sehen meine lieben und zwar kurz her geschaut wir haben die zwei felder angesehen das feld angesehen und dies sind dann erntereif das bedeutet wenn wir gespult haben müsste es theoretischerweise passen dass wir dann hier rein starten können mit ernten was uns ich denke gut voranbringen wird denn wir werden das ganze in brot investieren und ich denke mal da wird gut was bei rumkommen dann bin ich noch generell am überlegen was wir als nächstes gleich im anschluss anbauen werden denn es muss nahtlos übergehen das heißt wir dürfen da nicht so viel zeit verschwenden weiterhin bin ich am überlegen was wir machen könnten um effektiver zu werden was was meine ich damit und zwar effektiver zu werden meine ich ganz einfach dass wir vielleicht logischerweise erstmal wieder bisschen geld ins baul investieren und zum anderen natürlich auch wieder etwas geld ansparen was wir dann investieren können in maschinen denn ich glaube wenn wir noch traktor haben wo wir dann selber noch ein bisschen mit agieren können sehen wir besser aufgestellt da könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben was ihr dazu meint so ist nicht mal die paletten her und ja schreibt da gerne mal rein was ihr zu denkt quasi sondern gucken wir mal aber ich glaube das wird sich wird sich schon gut machen dann habe ich mir was überlegt und zwar in bezug auf den herrn verser ich würde sagen wir geben dem herrn verser als friedensangebot sowie 5.000 als angebot als friedenspfeife und sagen dann quasi so dass und das war es dann schwamm drüber über alles weil es immer mehr nicht muss ja jetzt nicht unnötig in die länger gezogen werden das ganze und da unnötig rumdiskutiert werden oder wisst ihr gar ja was und deswegen glaube ich könnten wir das durchaus so machen wenn er gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet meine lieben aber ich denke damit eigentlich ganz gut glaube ich wir haben wir die eier hier oben reinschmeißen und dann haben wir die eier einfach mal zum verkauf fahren denn ja wir müssen wir können jetzt noch nicht viel machen wir warten aktuell darauf dass wir ernten können das heißt wir klatschen die eier einfach mal herein so und erfahren sie einfach mal weg denn da haben wir wieder ein paar benutzen mehr drauf das ist gut so denn wir müssen ja immer noch im hinterkopf behalten der fand der weh der war ja bei uns und hat hier mit strafzahlungen von 20.000 die wir nicht zahlen weil es ist halt vollkommen übertrieben so viel schaden ist niemals entstanden muss man ganz ehrlich sagen daher halte ich es für sinnfrei dort die 20.000 zu bezahlen so nicht wundern ich brauche eine neue maus deswegen zieht er gerade so ein bisschen nach oben jedes mal mit aber das ist nicht so schlimm so lass los wunderbar so gut dann gucken wir mal wo können wir die eier hinbringen wo können wir die eier hinbringen ja 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 haben wir hier am meisten bringen sie uns fast food restaurant bäckerei wo war denn das war das nicht hier unten bäckerei ist hier gehört im land ja bringen wir es zum fast food restaurant würde ich sagen oder genau bringen wir es zum fast food restaurant das passt ganz gut so tun wir das mein lieben so genau so in ich hoffe ich wie gesagt ich lese kräftig eure kommentare und wir sind ja dem ganzen was die kommentare angeht schon ein bisschen voraus deswegen kann ich nur zur aktuellen thematik bei den kommentaren etwas sagen ich hoffe ihr seid alle wieder etwas geschmeidig geworden wie gesagt es ist nichts böses gemeint gewesen oder weiß der geier es sollte es soll unterhalten meine lieben und ihr wisst ich provoziere gern nicht noch mal erwähnen habe das die folgen zuvor genug erwähnt von daher denke ich mal was das schon so falls ihr euch wundert in einigen videos so jetzt in den in der vergangenen woche da waren wir so ein zwei videos dabei da hat es mit dem ton nicht so gepasst also eine eine sequenz war dann womöglich ein bisschen lauter aber ganz einfach die problematik youtube wissen sie alle mit der musik und einem drum und dran die haben da so ein bisschen sich nicht gut gehabt und deswegen habe ich einfach einen anderen clip einfügen lassen dass das passt und der beiden bisschen laut deswegen entschuldigt das bitte dass das so war ich hoffe ich hoffe es war zu verkraften meine lieben jetzt gucken wir einfach mal jetzt hier passiert so nimmt er sich raus oder sind das ist nicht raus doch er nimmt sich raus sehr gut sehr sehr gut sehr sehr gut das passt perfekt wenn wir das nur aber schön ein bisschen 3k 3k gemacht ist schön nicht verkehrt muss man sagen so warum nimmt er sich hier nicht kommt naja kommt verdammte scheiße warum macht das jetzt natürlich der ferser wieder da drüben natürlich 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 wieder so eine sache ich weiß nicht sagen wir zu meinem ferser gehen acht kommt gerade hier sind gerade hier sind wo ist der herr ferser naja gucken wir mal gucken wir mal ob der ferser was er hier drüben so macht schauen wir mal wo ist er denn wo ist er denn das fällt käse ja ferser ja was gibt's hören sie mich ich höre sie ja haben sie kurz eine minute ich muss dabei aber ansehen ansonsten bringe ich die saad nicht mehr rein ich schock nebenher wenn das möglich ist was gibt's denn Herr Versa ich wollte mal den schnittischen warum halten sein wenn ich renne weil ich was einstellen muss doch mensch bleibst noch im tempo Herr Versa ich wollte mal ein ruhiges ich bleib schon wieder stehen ruhiges gespräch mit ihnen suchen jetzt fahren sie doch ja bitte oh himmel ja Gott ein ruhiges gespräch wollte ich mit ihnen suchen Herr Versa ah ok es gibt ja womöglich schon ein paar dinge wo wir womöglich so ein bisschen naja sagen wir mal so etwas relativ suboptimal ist wie das gelaufen ist meinen sie naja im allgemeinen ja du fahren sie doch nicht so eine schnelle kurve mensch ja tut mir ja leid ich muss ja jetzt hier aber es nützt ja nix so erzähl was meinst du denn da jetzt genau naja im prinzip wollte ich mit ihnen eigentlich ne Friedensweil pass sie mir bitte auf dass ich unter den Grubber komme ich habe ja keinen Bock sich damit einzusehen ja vielleicht wegsatz weil ich würde ein paar probleme lösen aber das weiß ich doch nicht so auch wieder neue machen also Herr Versa ich dachte eigentlich Mensch ins Kinder will sie nicht kurz einhalten ja Moment ich muss hier oben ach Mensch ich muss halt ansehen ich muss ja vor der Nacht noch rein das gefährlich ich bin ja eigentlich nicht so auf jeden Fall was haben wir denn für Diskrepansen naja es geht ja weniger um die Diskrepanz weil eigentlich was mit dem Raucher also eine Friedensweil der Pfeife mit dem Rauch und so rum eine Friedensweil gibt es den Krieg ja ne aber es wird sich sein ja ich weiß nicht hat der Landrat mit ihm schon gesprochen kann sein achso ja gut also ich war gerade beim Landrat ok er hat zu mir gesagt wie rum fahren Sie denn jetzt Moment ich muss hier äh hallo was macht er hör auf damit Herr Versa bleibst stehen Herr Versa stopp der hört dich auf nix oh Gott springt's raus was macht er denn springt's raus springt's raus oh Gott oh alt was war das denn Herr Versa geht's Ihnen gut die neue Technik Herr Blum die neue Technik ui 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 da krieg aber gar nichts mehr also so wie ein Traktor außer Rand und Wand hier ja Moment ich muss hier unten rum wieder ja aber der ist äh ich gebe es Sie geben ruhig bisschen Gas so ja jetzt erzählst du ruhig also äh der Landrat was ist mit dem ja Sie wollten einfach mit dem Landrat achso der hat mir gerade gesagt ey was ist nun mit mit meinem Wasser wann bezahlen Sie das jetzt fangst du auch nicht schon wieder so ein ich wollte mit ihm echt gern eine Friedenspfeife rauchen ja aber das gehört doch dazu alte Sachen aufzuarbeiten ja ich ich komme da nur gerade drauf weil der Herr Landrat zu mir gesagt hat äh dass er äh sogar gesehen hat wie sie das Wasser bei mir entwendet haben der hat gründlich oder was oder wie hat das gesagt ja der hat das gesehen der ist halt auch sehr glaubwürdig ihm ist das aber später aufgefallen aber ne ist klar mir fällt auch manchmal später ein bisschen was auf aber ähm passen Sie auf Herr Ferse um auf den Punkt zu kommen ich möchte Ihnen ein Friedensangebot machen ich gebe Ihnen einfach scheißegal ob ich es war oder nicht ähm ich gebe Ihnen 5000 Euro glatt in bar wenn Sie den verdammt nochmal anhalten würden ja gleich ja dann wäre das Thema durch und dann machen Sie das aber auch nicht wieder das wäre mir wichtig ich habe es halt auch nie gemacht davon mal abgesehen aber da brauche ich nachher vor nicht ja da will ich auch darauf jetzt was halten Sie von der Friedenspfeife wenn Sie dann das wenn man dann so ein Gespräch nie wiederführen müssen dann würde ich da drauf eingehen wenn Sie vielleicht erst mal mal einhalten es ist keine schwer oder ich mache es wie Sie ich sage nee 10.000 weil da habe ich das gesagt wieso würden Sie es machen nee doch nein doch nein bin Sie mich sicher ich auch fahr einmal runter das halte ich auch an kommen Sie mit das genießen Sie gerade nein ich muss halt arbeiten ich kann es doch nicht ändern die Kreppe bleibst du doch still Herr Blum wir holen denn ach Gott sind wir dann bei Rocky oder was doch sehr schön Mensch so ja ach hier ist aber was denn ich habe mir nichts gemacht ich habe mir das gehört so also Sie wollen mir jetzt 5.000 Euro anbieten und damit wollen Sie die Friedenspfeife rauchen oder wie haben Sie hier eine Tankstelle ist das eine nein nein geht es wieder weg ich sage es Ihnen sonst war es das gleich wieder direkt gewesen ganz ehrlich ich wollte jetzt der Sprit klauen ich weiß wie viel da drin ist ich sage es Ihnen aber ich habe auch keine Anzeige nee ist auch keine Tankstelle ist ein Dekoobjekt weg jetzt wie seid ihr euch so Herr Ferser ja guck uns lieber meine schönen Bombollballen an die sind schön ich habe auch schon drei Jahre weh geschafft wie viel haben denn die bei Ihnen also wie viel Liter wenn man das mal brauchen darf also wenn man sich mal 10.000 okay ja ähm ja was halten Sie denn jetzt generell von dem Angebot ich nehme das Angebot so an der Friedenswillen aber da möchte ich dass Sie bitte mein Grundstück nicht mehr betreten äh außer wenn Sie mich vorher drüber informieren okay weil was sollt Sie auch hier deswegen ja außer mit Ihnen vielleicht einen Gaffee trinken wenn Sie bei Ihnen haben Sie genauso wenn Sie Sie anrufen müssen Sie ja eher fragen ob ich da bin deswegen deswegen ähm passen Sie auf es ist freut mich sehr warten Sie wie sind Sie denn am Arsch ach Sie haben ja könnte am Arsch da gebe ich Ihnen hier bitte die 5000 bitteschön und ich finde es klasse dass Sie da auch eingelenkt haben in Ihr Unwillen da mhm dass wir uns da so verstehen dass Sie auch Ihre Fehler eingesehen haben der Ferse ich wüsste nicht welchen Fehler naja ich muss ja mal los ich habe keinen Fehler eingesehen nicht also wir haben Sie nicht nee weil ich keinen Fehler gemacht habe also ich weiß nicht was die Meinung vieler war jetzt also vieler war jetzt vielleicht ähm war jetzt vielleicht super optimal ausgedrückt vielleicht hätten wir generell das direkte Gespräch suchen sollen der Ferse meint Sie nicht äh du äh ich habe ja mit Ihnen da das direkte Gespräch immer gehabt aber das Problem war ja die haben wir gleich gedroht nach dem anderen hier ans Vort was hat Sie haben mir gedroht ne sie mir oh man beim Tätelfonat können Sie sich mal dran erinnern und ich weiß nasse Hände hatte ich da durch äh was habe ich denn gemacht na Sie warten so eine eindringende starke Stimme das ist nicht schön ach so da weiß ich mich äh ja wegen der Klausache ne na aber ich habe ja nicht geklaut kommen Sie mit passen Sie auf Herr Ferse ich zeige Ihnen wie ich es gemacht habe kommen Sie mit das habe ich auch dem Landrat gesagt im Übrigen jetzt sind Sie herangefahren und haben Sie Wasser genommen nein ne hab ich nicht kommen Sie mit ich zeige es passen Sie auf machen Sie mal schneller weil ich bin ja ich gehe hier los bin hier her gefahren also stand hier mit dem Poppes hierher und hab hier mit dem Schläuchen aus dem Bach gezogen ja warum machen Sie das ja weil ich halt dachte man schlägt den Schnäppchen wissen Sie das habe ich dem Landrat halt auch so gesagt Sie wissen dass das mein Grundstück ist oder na aber den gehört doch nicht der Bach doch exakt der gehört mir auch doch na aber doch nicht geht bis hierher aber Sie können doch nicht das Wasser was von einem anderen Land hier rein geflossen kommt in dem Moment beanspruchen aber Sie wissen das Sie wissen schon dass man aus dem Bach kein Wasser ziehen darf das ist es generell verboten ist ja das hat mir der Landrat dann auch mitgeteilt deswegen ich habe Sie wie gesagt ich habe den Landrat ja das ändert auch nicht also das ist so richtig ist dann auch kein Bach das ist eher so eine Drainage von meinen Feldern das hätte ich jetzt auch gesagt aber was sind Sie auf Herr Ferser passen Sie auf es wird zu nie wieder vorkommen so wie Sie sich das gebildet haben was halt auch nicht so war und deswegen ich freue mich da wirklich wenn wir einfach sagen lassen Sie uns einfach noch mal einen Neuanfang machen in der Nachbarschaft na klar und dann würde ich Ihnen vorschlagen wenn Sie Lust und Laune haben können wir ja mal einen Kuchen zusammenbacken essen backen können Sie nicht selber also Herr Ferser und zwar das meine ich wirklich ernst wenn Sie mal Lust und Laune haben wenn das neue Jahr gekommen ist treffen wir uns mal und backen einen wunderschönen Kuchen und halten das bildlich fest Herr Ferser jetzt muss ich aber die Felder spritzen schnell ich lasse ich überlege mir das war na gut bis später tschüss oh mein Gott das kann ja wohl nicht wahr sein halt mal in die Kommentare wäre das was ob mir ich mal mit Tino in neun Jahren Kuchen backen soll halt mal in die Kommentare so also passt auf wir haben das jetzt alles wieder gerade gebogen es hoffe ich und es ist jetzt es ist wirklich entspannt so sagt mir lieber wie ich diese scheiß Eier hier raus bekomme dass die hier ach Mensch dass die hier rauskommen so also wie gesagt ne es ist entspannt meine Lieben das war halt äh wirklich ein kleines Späßchen am Rande also wir werden da und nicht mehr irgendwie rumdecken ja gut scheiß drauf kann man halt nicht mitnehmen die Dinger schade fangen wir erstmal wieder zu uns oh jetzt ist es umgekippt oh jetzt könnte es gehen wartet dann müssen wir noch mal rum geben die wieder auf die andere Seite nee bitte bleib genau so stehen bleiben so und ähm ja es ist schweiß nicht was heute mit der Camp ist ich sehe alles wie äh ja keine Ahnung ich habe das ein bisschen die Farbe ein bisschen anders eingestellt so passt auf jetzt müsste es gehen bitte 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 ach bitte jetzt mach es doch Mensch warum macht das denn nicht gut zum Land jetzt muss es doch muss es doch rumkippen so aber jetzt aber jetzt jetzt muss es doch gehen bitte bitte lass es jetzt gehen komm schon komm schon nimm die Eier nimm die Eier jetzt Junge nimm doch die Eier nimm doch die Eier jetzt Mensch schönes können schönes können und nicht ein Wort zu fassen nimm die Eier nicht verdammt sehr gut musst du auf den Ruf wieder abladen gut mein Lieben das war es in der Folge ihr seht die Versöhnungsfolge war da ne halbgeschmeidig bis dahin schreibt was netzes in die Kommentare ruhig mal zu den Backen ne was ihr davon haltet ich glaube ich ich würde es feiern ich würde es feiern ne so von daher mein Lieben tschüss und tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal